so halli hallöche leute willkommen zurück zu let's play naruto ultimate ninja storm 2 letzte part sind wir haben wir siegel gelöst damit wir da hinten durch diese diese wand aufbrechen können und das werden wir auch gleich machen wir werden uns doch nicht auf den weg oder wir wollen es jetzt einfach ich will nicht die ganze sache immer einsammeln warum mache ich das überhaupt ich weiß es nicht so ist wahrscheinlich dieser sammler dran von pokémon halt oder beziehungsweise gäbe es auch mal sammler drang ich habe ich bereit ja te jahre o holl さあって どいつがチンチューリティから Hm? Was der Itachi sagte, was er? Ich werde noch ein wenig Zeit, dass diese Räumen kommen wird. Säsog, Datoran... Du hast ihn mit zwei. Aber ich werde den Jinn-Tur-Lik-Ber. Itachi... Was ist der Kupfer der Kupfer? Die Kupfer der Kupfer werden am besten zu sehen. Was ist das? Nichts mehr als Beispiel? Was ist das noch ein bisschen? Ich habe das nicht nur eine gute Vorteile, was ich? G-G-Ga-la! M-M-E-E-R! M-M-E-R! Ich bin der Mann! Das ist das, was ich. Das ist ein sehr lustig. Frau, wenn ich das sage, dann wird es vielleicht passieren. Das ist das Gehirn. Das ist das, was wir machen. Hey, ich will nur einen nur einen, aber nicht nur einen. Machst du mal auf die Hände? Das ist das Art, was man nicht mehr als schwere Anstrengung, sondern wir haben die Gefühle, was man sich nicht mehr als fühlt. Das ist ein Wunschweig. Das ist ein Wunschweig. Soll das Wunschweig. Das Wunschweig ist das, was wir für uns. Das war's für heute. 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 So, say, so, jetzt stehe auf. Genau So sieht es aus So, danke schön Okay, das war jetzt So Nein, 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 das ist aber Ja Ja Schafft Oh Mann Oh Mann Kann man sich nicht mehr über sie gefreut hier. So schnell geht das hier. Nein! Au! Ja! Gerade so! Gerade so! Gerade so! Oh, der Mann! Ich will nicht mit dem Schrauben! Tsunade! Was? Was ist das? Ich bin ein Freund! Bleib, Sakura! Was ist das, was du? Für mich ist es wichtig, dass ich mich nicht verletzen kann! Okay! hey wir haben es geschafft keine sache sehr geile sache okay es ist den varianten ausgeliefert so sehr schön sehr schön das war kaffee zur sori und jetzt haben wir wahrscheinlich ein bisschen dialog ich wünsche euch dabei viel spaß war anna jaりましたねー tscherber様 und どうした sakura ようやく毒が回ったか Ja, ich habe mich in der Hand geöffnet. Wenn ich so kleine Schmerzen habe, dann kann ich meine Schmerzen sein. Es ist so schwer, was ich so gut gemacht habe. Wenn ich so etwas wie es, dann kann ich es gut sein, aber ich bin sehr nett. Das war's für mich. Ich werde jetzt, um die Gefühle zu entfernen. Das ist das Ende. Was ist das? Das ist... Das ist nichts. Ich habe mich bereits auf die ganze Zeit geführt. Es ist schon... Guck! Mach dich nicht. Ich werde es schnell enden. Das ist nichts. Ich werde es noch nicht mit dem Geheimdiensten. Ich werde es nicht mit dem Geheimdiensten. Das ist nicht so, was ich. Das ist ein Einzelnenstück für mich. Das ist ein Einzelnenstück. Das ist ein Einzelnenstück? Eigentlich ist es ein Einzelnenstück. Das ist ein Einzelnenstück für dich. Was ist das für mich? Was? Wenn ich diese Art nicht benutze, dann kann ich das Leben geben. Das ist gar nicht so. Ist das okay, Sakura? Ja. Ich habe noch ein bisschen. Ich bin ein grosser Mann. Aber ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft, aber ich habe es geschafft. Du bist mit Orochimaru. Hm? Wo ist er? Was ist er? Was ist er, du? Ich weiß, du? Wo ist er? Wo ist er? Das ist gut. Du bist mit Orochimaru. Wenn du mit Orochimaru möchtest, ist es, dass du in Orochimaru wirst. Ein Mensch? Du bist mit Orochimaru. 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 ...Hon-tou-ni... ...Kudala... ...ne... Sasori... Sasori, ne? Der Charakter jetzt nutzbar. Oh, ein Ladebalken. Mal gucken, was jetzt als nächstes kommt. Wenn das jetzt direkt jeder da ist, dann seht ihr das wahrscheinlich gleich nicht mehr. Dann mach ich einfach einen Cut. Nein, will ich nicht überspringen. Aber wir sehen uns zum nächsten Mal wieder. Von Let's Play Naruto Ultimate Ninja Storm 2. Und ich hoffe, der Part hat euch dennoch gefallen. Bis dann und bye-bye.